This video is brought to you by Alienware, featuring Intel Core i7 Processors. Start Gaming! Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Runde Rainbow Six Siege, was ich aufgenommen habe in Los Angeles aus der Ubisoft Launch und ich spiele jetzt zusammen mit Dena, den kennt ihr ja, David Remedy, einen portugiesischen YouTuber, Ade ist glaube ich in Spanien und der Ben ist ein Mitarbeiter von dem Ubisoft Team, der uns so ein bisschen da durchgeführt hat. Wir spielen auf der Map Raven Shield und unsere Aufgabe ist es, die Bomben zu entschärfen. Leider merkt man, wenn man so eine Aufnahme gemacht hat, was man hätte besser machen können. Zum Beispiel hätte ich euch hier wesentlich mehr von der Ash zeigen können. Die Ash hat eine G36C mit dabei, für die habe ich mich entschieden, eine Handfeuerwaffe und einen Thumper. Und ja, am Anfang gehen wir mal ein bisschen auf das Spawn-System ein. Man hat am Anfang mit seinem Fünf-Mann-Team die Möglichkeit, den Spawn auszuwählen. Da haben wir oben die Tankstation, rechts den Seiteneingang, unten rechts die Barrikaden oder unten links die Polizeilinie. Und das ermöglicht halt wirklich enorm taktisch vorzugehen, was enorm geil ist bei diesem Spiel, wo ich mich mal aus dem Fenster lehne und sage, es gibt, wenn das Spiel rausgekommen ist, keinen besseren Taktik-Shooter als Rainbow Six Siege. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen, ich möchte natürlich jetzt keine Diskussion lang treten, welches das bessere Spiel ist und wo es noch taktischer ist, aber es ist einfach nur meine Meinung. Ich habe gemerkt, hier muss man wirklich im Team vorgehen, um überhaupt eine Chance zu haben, weil jeder hat verschiedene Möglichkeiten, jeder hat verschiedene Mittel und Wege und alleine da irgendwie jetzt durchzurennen, ich glaube, das wird irgendwie auf Dauer nicht funktionieren. So, erstmal kurz zum Ablauf. Wir waren in der Ubisoft-Launch und haben am ersten Tag das Ganze so ein bisschen trainiert, haben so ein bisschen geguckt, wie ist die Steuerung überhaupt, damit wir überhaupt so ein bisschen reinkommen, was müssen wir überhaupt machen. Und am zweiten Tag sind wir dann hingegangen und haben gecaptured. Jetzt kann man sich vorstellen, der Ben, der hier gerade vorne ist, das war so quasi unser, ja, unser Administrator, der hat das quasi alles eingestellt. Wir spielen hier gegen die KI und wir haben acht Spiele gemacht. Sieben Spiele hat Ben uns gegen Götter spielen lassen. Also die haben uns gesehen und schnipps, warst du weg. Ich habe davon Gameplays, aber ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht attraktiv, es ist überhaupt nicht sehenswert. Und dann bei der letzten Aufnahme, bei dieser Aufnahme, habe ich ihm gesagt, ich so, ey, hör mal zu, pass mal auf, wir sind hier nicht, vielleicht hat er gedacht, wir sind die Mega-Pro-Gamer. Wir sind wirklich die Spieler, die, was weiß ich, hier mit einem 77 zu 0 rausgehen normalerweise. Aber ich habe ihm gesagt, ey, pass mal auf, wir müssen ein bisschen was zeigen. Wir brauchen ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Stimmung. Mach mal hier den Gegner auf Chicken-Modus. Da musst du ja erst mal fragen, was meine ich jetzt genau. Auf jeden Fall hat er daraufhin die Gegner mal ein bisschen entspannter, ein bisschen gar lahmer machen lassen. Und das war dann auch schon wesentlich besser. Es läuft auch am Anfang ziemlich vieles schief. So wie zum Beispiel hier, Ramity wollte das aufmachen. Das ging mir schon wieder auf den Sack. Das dauerte mir zu lange. Also habe ich da mal schön reingesammt. Problem ist, ja, ihr seht es, dass dahinter noch eine Wand ist. Ziemlich kacke, aber naja, er kriegt jetzt noch seine Chance und wird es dann bei diesem Mal machen. Das ist halt eine Sprengladung. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel den Thumper mit dabei. Er hatte diese Sprengladung mit dabei. Der andere hat einen Hammer, der andere hat ein Schild. Wie man halt so Türen, ja, über verschiedene Möglichkeiten aufmachen kann. Teilweise sind die halt wesentlich lauter, fügen den Gegnern, die dahinter stehen, noch Schaden zu. Teilweise blenden sie die Gegner direkt, wie mit einer Flash-Grenade. Oder, ja, man hat so dieses leise Eindringen. Das ist halt wirklich von, ja, Lust und Laune, wie man halt Bock drauf hat, unterschiedlich. Was ich sagen muss, es hat mir wirklich enorm cool gefallen, weil man sich wirklich absprechen muss. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze für mich und für das Team im Hintergrund quasi entwickelt. Wenn ich mir vorstelle, dass der Pole, Despen, Lars und Bro Gaming, wenn wir hier taktisch vorgehen, wie das, was das in einem Chaos endet, das wird definitiv sehr, sehr interessant werden, kann ich euch sagen. Und natürlich, wir spielen hier jetzt gegen KI-Gegner. Das ist natürlich dann später auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn wir da, ja, was Vernünftiges machen. Hier hat der Krieger auch mal endlich seinen ersten Kill. Ich habe hier mit Maus und Tastatur gespielt. Deswegen ist das Aiming so schlecht, Freunde. Also das wäre natürlich wesentlich besser, wenn ich einen Controller gehabt hätte. Aber, naja, was willst du machen? Wir versuchen uns jetzt erstmal hier so ein bisschen freizukämpfen. Und später, wenn man gerade gegen Computergegner spielt, ich denke, da wird das Ganze nochmal wesentlich interessanter. Ihr merkt auch jetzt hier, unser Team ist da hinten. Deshalb, ja, nochmal zum Ben gelaufen. Der hat uns dann halt immer gesagt, so, hey, komm mal her, wir müssen erstmal jetzt hier die Bombe entschärfen. Wir sind einfach erstmal ganz gemütlich weitergelaufen. Alle rennen jetzt da rein. Ich beschütze hier draußen den Bereich. Wir haben uns halt so ein bisschen schon mal einstudiert, wer in welchen Bereich geht und woher die Gegner kommen können. Hier rechts das Fenster. Da war jetzt ein Gegner. Den wollte ich mir eigentlich holen. Der geht jetzt da hinter die Wand. Und, ja, macht da eine Barrikade hin, das Schwein. Und der PAM Junge Hedgehardt. Easy. Ist denn da los, Freunde? Ist denn da los? Ja, Freunde, so sieht das Ganze aus. Es macht auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Was, was kann ich euch sagen? Und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Spiel auch so weiterentwickeln wird. Es hat eine Menge Potenzial, meiner Meinung nach. Es sieht gut aus. Es fühlt sich auch gut an. Ich meine, gerade so diese Spielbarkeit, das ist natürlich auch immer eine Sache. Aber ich fand es wirklich gediegen. Und wir haben jetzt hier, gerade sind wir dabei, den Bombenplatz zu entschärfen. Jetzt kommen die, ja, Freunde, hier. Ist der da? Man könnte denken, ein Aimbot ist installiert. Haha, Junge. Ja, nee. Okay, also, es hat wirklich Bock gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Problem gehabt, dass wir A, unsere Aufnahme nicht capturen konnten, also sprich, unsere Soundaufnahme. Das hättet ihr euch auch nicht anhören wollen, weil ein Portugiese, ein Spanier, zwei Deutsche und ein Ami, die da irgendwie jetzt durch die Gegend hopseln und sich versuchen, Anweisungen zu geben, das geht auf jeden Fall nicht gut. Das kann ich euch schon mal sagen. Das war auch so mit eins der größten Probleme, was mich so ein bisschen gestört hat, dass man A, unsere Stimmen nicht capturen konnte und B, dass man sich halt nicht vernünftig absprechen konnte. Ich glaube, den aber eigentlich die ganze Zeit ruhig. Ben hat uns halt so ein bisschen gesagt, wer wohin geht, um uns so ein bisschen zu lotsen, zu dirigieren. Und jeder wollte halt irgendwie natürlich so viele Kills wie möglich. Guck mal, hier, Double Headshot, Freunde. Ist denn da los, Junge? Da hinten noch ein, ist das eine Maschine? Ja, hier gegen die chicken Gegner kann der Krieger auch mal was reißen. Ist einfach nur, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass die Gegner so leicht sind. Es ist halt einfach nur, damit ihr auch so ein bisschen was seht, damit ihr so ein bisschen die Atmosphäre mal schnüffeln dürft, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie das Spiel ungefähr, ja, was euch erwartet, sage ich mal. Ich meine, natürlich sieht man eine Menge Trailer und natürlich sieht man eine Menge Zeug, wo man dann überlegt, okay, wie wird das Spiel jetzt sein? Wird das Spiel das und das und das erfüllen können? Das kann ich euch selber nicht beantworten. Das wird sich halt herauskristallisieren, wie die Community mit diesem Spiel umgeht. Ich muss sagen, das, was bisher abgeliefert worden ist, finde ich ziemlich nice, finde ich ziemlich cool und hat Potenzial. Aber letztendlich, was dabei rumkommt, da stecke ich nicht drin. Das ist ja, wie ich meine. Also ich denke, das ist einfach nur, damit ihr das so ganz so mal ein bisschen mitnehmen könnt. Hier ist jetzt dieser Entschärfungsapparat aktiviert worden. Ich wollte hier eigentlich auf den Tisch springen. Es sind halt noch so kleine Fehler. Jetzt passt mal auf den auf. Der geht nämlich jetzt hier um die Ecke und legt sich da vorne jetzt hin. Da legt er sich jetzt hin. Achtet mal drauf. Das finde ich ziemlich cool gemacht auch. So, dass man halt den, ja, sieht, wo der Kollege jetzt genau ist. Jetzt geht man halt da hin. Guckt mir das nämlich mal an. Er hat sich da so auf den Arsch gesetzt und ballert da gerade den Kollegen ab. Finde ich ziemlich cool. Also da haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Was ich euch auch gerne gezeigt hätte, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man aufs Dach klettert, dass man mit so einem Enterhaken aufs Dach geht. Dann kann man sich abseilen. Man kann sich sowohl einfach gerade abseilen und kann, wie der Terrorist das gerade gemacht hat, hier in so ein Fenster reinspringen. Oder man kann sich andersrum abseilen, dass man halt so kopfüber herabhängt. Was ziemlich nice aussieht. Konnte ich euch leider, leider hier nicht zeigen. Mal sehen. Vielleicht lade ich nochmal irgendwie so so kleine Schnipsel von schönen Einstellungen, falls ich sie finden sollte, aus den anderen Gameplays hoch. Weil so toll waren sie wirklich nicht. Das waren irgendwie so 8 Sekunden überlebt und dann buff, warst du schon tot. Ja, das war Rainbow Six Siege. Ich bin mal gespannt, wie ihr darüber denkt, was ihr vielleicht auch davon wissen wollt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich dazu Antworten kriege oder euch geben kann, werde ich sie natürlich raushauen. Und ich bin jetzt raus. Gut Schuss, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.